Ihr seht, Brotzeit gehört in Bayern dazu. Und beim Regionaltag kann man genau das erleben, weil Regionalität ist was Tolles. Du kannst bei uns in der Region hochwertigste Lebensmittel erleben und spüren. Und genau das möchte ich euch gerne am Regionaltag zeigen. Mich interessiert zum Beispiel brennend, woher mein Gemüse kommt, woher mein Fleisch kommt, woher mein Obst kommt. Mir ist auch wichtig, dass der Kas nicht einmal um die Welt geflogen ist, sondern weil das wirklich von da ist. Das schmeckt mir und das macht für mich auch viel mehr Sinn. Gott sei Dank haben wir eine Region, wo hochwertigste Lebensmittel produziert werden. Unsere Bauern machen das ganz hervorragend. Wir können wirklich stolz sein. Erlebt es, schaut es euch an, kommt zu unserem Regionalltag. Und wir probieren es jetzt. Was gut schmeckt. Zum Wohl. Was der Schmecker. Prost.